Ein Ford Focus steht hier zum Verkauf. Der graue Kombi ist fünftürig und bietet Platz für 5 Personen. Der Kombi verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Isofix, Kindersitzbefestigung, Partikelfilter, Dachrailing, Einparkhilfe und vieles mehr. Unter der Haube gibt der sparsame Diesel eine Leistung von 120 PS an das Schaltgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 4,2 Litern pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 23.870 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017